Derjenige, den ich euch vorstellen will, ist der hier. William Minerva? Wirklich? Mhm. Wer ist das? Ich hab keine Ahnung, wer er ist. Ich weiß nur, dass ihm dieses Buch hier gehört. Aber ich glaube, er könnte auf unserer Seite sein. Wie meinst du das? Na, weil er mithilfe seiner Bücher Nachrichten übermittelt. Und zwar nicht nur in diesem Buch, auch in anderen. Diese Zeichen sind also... Ex Libris. Sie kennzeichnen den ursprünglichen Besitzer der Bücher, bevor sie hierher kamen. Aha. Aber wo sind die Nachrichten? Schau genau hin! Ich sehe nur jedes Mal die gleiche Eule. Warte. Diese Kreise. Ein Morse-Code. Genau. Warte. 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 gorgeous warte. these ... Untertitelung des ZDF, 2020